218 Unternehmen aus sechs Nationen ließen aus Wels die Campinghauptstadt Europas werden. Im Mittelpunkt des boomenden Campingmarktes standen Fahrzeugpräsentationen und die neuesten Trends in Sachen Urlaub auf Rädern. Leicht und bunt und zugleich gewohnt komfortabel präsentierte sich den Besuchern das vielfältige Angebot der Messe. Mehr als 40.000 Besucher nutzten die Chance, beim Caravan Saloon Austria das Fahrzeugangebot, die vielen Workshops und die Reisevorträge zu genießen.